Das war's heute. Ich habe nicht klassische Apps wie ein Flipphone. Es gibt auch SMS und Telefon. Ich habe schon ein iPad, welches ich alles habe. Und dort ist es auch ein Signal. Ich habe gehört Beile von Buds. Grossartiger Song. So, ich muss schnell durchscrollen, bis ich zum Ordner Galerie komme. Das seltenste ist jetzt nicht spannend. Wenn ich die Kamera teste, sieht man einen Schattenwurf. Der Becker, weil er rief. Ich muss ihn abstellen. Das ist auch eine Google-Map, weil ich immer Mühe habe. Und dann, wenn ich daheim bin, alles gut. Jetzt steht hier im Moment Tagesdurchschnitt 2 Stunden 59. 42% weniger als letzte Woche.